3, 2, 1, Achtung, 3, 2, 1, Stronger! 3, 2, 1, Achtung, 3, 2, 1, Stronger! 2, 1, Stronger! Ja, genau! 3, 2, 1, Achtung, 3-2-1, Störger! Links steht gut, links steht gut, Achtung! Beide Ketten ab, beide Ketten ab, beide Ketten ab! Einen Läufer, Mario! 3, 2, 1, Achtung, 3-2-1, Störger! Jetzt ist es auf 1! Läufer, 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 Läufer! Läufer, 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 Läu 3, 2, 1, Achtung, Recher 1 stärker! 3, 2, 1, Achtung, Recher 1 stärker! Das war krass! 3, 2, 1, Achtung, Recher 1 stärker! Sieben rechts! Sieben rechts! Sieben rechts! Ist okay, wir schmiert aus! Sieben hat 5 Leiderdach! Schingen ab hin! Schingen ab hin! Drei, zwei, eins, Achtung! 3 zu 1 Schlange! Versteh ich. Versteh wieder fest! Schwingt nach! Schwingt nach! Schwingt nach! Achtung! Rechts rum! Drei, zwei, eins, Achtung! 3 zu 1 Schlange! Hände ein! Hände ein! Hände ein! Weg! 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 Hier, hier, hier! Weg! Wir haben Pille! Schwingt nach! Hinter euch! Achtung! Achtung! Schwingt nach! Zurück! Achtung! 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 Sie gehen hoch! Sie gehen hoch! Wir laufen! Wir laufen! Achtung! Wir stehen im Feld! Wow! Drei, drei, drei! Jack kontrollieren! Kacke! Entspannt! Entspannt! Achtung! Drei, 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 drei! Warte ein bisschen, dass du hier hattest! Abstand! Zurück! Eure Pferden zum Schutz! Lieber zu Anton! Das ist ein bisschen sicher! Das ist ein bisschen sicherer! Mario und Lania! Bereit sein! Mach dich trotzdem! Ruhig! Mach das konzentriert! Alle Körperspannung bitte! Okay! Warte, jetzt fühlst du dich gegen die Gute! Hast du Bock? Du musst es rumdrehen können! Du brauchst zurück! Ist gut? Okay, dann stützt mit Lara zusammen! Mario, ready werden! Achtung! Achtung! Halt! Halt! Opa- T합니다! Sop webpage hip! Das istá decrease! Ja! Alleine Anton! Mach das bewusst zurück! Zeit dort! Letz MCU balment! Warts! Lauf! Lauf jeg�s! Lauf jeg�s! Lauf jegants joack! Zurück zu Mal! Das ist der Grund, warum Kaffee in Deutschland beliebt ist, weil er zu 90% aus Kartoffeln besteht. Und gleich nach ihr...